Ich bin leise, wenn die Röschung in den Mikro setzt. Ja, dann kann ich noch nicht mehr. Ich denke, alle noch mal höher. Hey! Das ist krank, wahrscheinlich. Ja, jetzt. Was fehlt dir noch? Ja, was ist hier? Ja, hier haben wir auch. Die Wache ist schon wieder vorweg. Ich habe vor kurzem so einen Film gesehen, Planet der Affen, da habe ich mich gefragt, kann ein Tier es wirklich schaffen, unser Weltbild aus dem Bleich hier nicht zu holen? Menschheit zu bezwingen, alles Lieder zu ringen, doch dann hörte ich vom realen Ding, die mir nahe ging, die es schaffen, alle dazu zu bringen, im Dreieck zu sprüngen. Heute ist sofort mit einem kleinen Fleck, direkt zum nächsten Dorf, der dann bitte checkt. Steht es das Erkältung oder kann es sein, dass ich umkippe? Ich befürchte, ich habe die Schweinegrippe. Er guckt mich panisch an, nimmt er mich jetzt auf die Schippe. Dann sagt er, hast dich, entschuldigen Sie bitte. Nicht wundern, dass ich jetzt auch ausklippe. Denn schließlich habe ich jetzt auch die Schweinegrippe. Da versuchst uns schnell den Monat zu versorgen, dann fragt er mich, kann ich ihr Handy borgen? Das Problem hat fest, jetzt ist der Mann am Ende der Stimme, legen die gleich wieder auf, aus Angst zur Schweinegrippe. Wir werden alle Schweinegrippe, wir wollen sein. Egal, wir sind nicht allein, denn auf manche, wenn dann ist alle. So ein Raper auf der Party, weißt du, auf was ich trippe? Ich sag mir und her, ich bin auf Schweinegrippe, meine Schwester auf dem Spielplatz. Komm mal, schau mal, wie ich wippe, komm doch, was runter darf. Wegen Schweinegrippe, und stehen wir alle mal auf der Steinegrippe, ist die größere Gefahr, trotzdem Schweinegrippe. Egal, ob Runde, Gildemäute, Bundesleitung oder Sippe, wir sind alle Schweinegrippe. Wir hören alle Schweinegrippe, wir werden fallen sein. Egal, wir sind nicht alleine, denn auf alle, wenn es ist alle. Gildemäute, Gildemäute, in der Bahnwahl gestern, A5N1 ist aus, bist du eher so der Hippel, probierst mit Schweinegrippe. Wir haben alle Schweine fest, Krippen befallen sein, ecklich noch schlimmer als das Bess, und dann strömmen wir ein. Wir haben alle Schweine, Krippen befallen sein, egal, es ist nicht gar ein, das Bess, denn auf alle Menschen, wir haben alle Schweine, Krippen befallen sein, egal, es ist nicht gar ein, nur die echten Schweine kriegen keine.